So, heute ist Bernhard's GTS dran, kriegt ne neue Batterie. Finde mal die geile Maschine. Schöne GTS 50 mit verkromter Schwingel. Ist das nicht geil? Guck dir mal den schönen Tank an. Oho, ist das schön. Ja, wir kennen ja die Farben. Wollen wir das denn? Kannst du wieder auf Stopp machen? Wer ist das, wenn es die Farben ist. Du spiegst durchsägen. Wir haben in den ganzen Kippen. Das war gleich QTS 2021. Für mich, dass die Fall sind. Und es ist kein Kippen-Kippen-Kippen-Kippen. Wenn es die Farben sind, dann die Farben ist. Oder ich kann es nicht. Auch wenn es die Farben sind. Aber dann gehen wir jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020